und damit heiße ich euch alle wieder herzlich willkommen hier fehlen noch ein paar texturen aber die haben wir auch gleich so wie ragen wieder eine runde ist jetzt auch schon wieder gut eine woche her dass ich aufgenommen habe und ich habe keine ahnung mehr was hier was wir tun müssen ja genau das war der prototyp des defibrillator update okay gut dann hätte ich gesagt gehen wir zuerst zum schraudet schraudet bunker allerdings ist die frage wie viel munition haben wir dann doch einfach kurz ups falsch taste gehen wir doch erstmal kurz zum händler möchten sie sich hier ein wenig umsehen deshalb bin ich hier bei mir gibt es ausschließlich spitzen qualität sollte uns die einfach auch mal kaufen bin ich gerade so am überlegen weil ich weiß wir finden dafür immer wieder munition und ich mein verwenden könnten wir sie ja so oder so schadet ja nicht mehr waffen zu haben ach komm wieso nicht ach was haben wir denn hier da gibt es jetzt zwei upgrades kaufen kaufen fertig gut wie geht es denn jetzt hier weiter genau munition es gefällt tritt munition doppelter wums gegen gepanzerte feinde na das könnte uns im schraudet bunker natürlich helfen bzw hätte uns helfen können gut was hat denn der sonst noch irgendwas interessantes ansonsten natürlich komponenten schönen tag noch das passt so haben wir auf jeden fall genug munition gehen direkt zum schraudet bunker zurück verlassen ödland so ich hoffe mir fallen die tasten dann noch ein wenn es danach eben um kampf geht zum stanley express wollten wir ja auch noch fällt mir gerade ein sollte anfangen immer die letzte folge die ich aufgenommen habe noch mal zu gucken bevor ich die nächste auf das nehme ab okay ja 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 ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht aus auf fuck so starr äh feltrieb munition zeige mir was du kannst Nicht gut. Habe ich ihn? Oh, ich habe ihn. Geil. Das war zwar echt knapp, aber ein Magazin reicht von der, wo wir hier... Gut, dann lassen wir die gerade auf der Munition. Was haben wir denn hier eigentlich sonst noch? Wieso ist die nicht in Acht geladen? Auf jeden Fall ist bis jetzt deutlich weniger los, als beim letzten Versuch hier reinzukommen. Zum Glück. Das war ja richtig ekelhaft. Da drüben! Hach ihm den Arsch auf! Er muss hier irgendwo sein! Wir müssen die Arbeite! Auah! Sind das... Ah! Zurück! Er darfst nicht durch! Huch, da ist irgendwo ein unsichtbares Hindernis. Oh, scheiße! Kommt raus! was war das denn für eine reaktion scheiße stirb endlich glaube ich habe ihn ja da liegt er nach wo will der denn hin die feldtrieb munition ist aber echt gold wert was war das scharf beschützen gewehr 6 6 Oh. Ach nein, da war er schon immer zu. Oh. Wirf keine Granate. Bleibt mal da, ich komme zu euch. Hey. Na, ein Scharfschützengewer wollte ich. Hm. Da komme ich nicht durch. Wo kommt der denn plötzlich her? Ach, hat der hier jetzt aufgemacht, sodass ich da durchkomme? Schütt, ich glaube die Feltrid-Munition ist leer. Ja. Ja, schlecht ist das MG hier aber auch nicht. Ich frage mich nur gerade, warum wir davon tausend Schuss haben. Soll ich da gerade was übersehen? Tatsache. Oh kacke. Ah, die Musik wird auch endlich ruhiger. Und jetzt? Also ich habe schon gesehen, dass man mit dem Aufzug hochkommt. Aber jetzt bin ich ja einmal im Kreis gelaufen. Aber das Upgrade habe ich noch nicht. Das habe ich jetzt irgendwo übersehen, oder? Hm. Hm. Fragt sich nur wo. Ah. 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 Die Frage ist eigentlich, was macht ihr hier? Fuck, 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 fuck. Der war aber daneben. Wattrückzug, wo wollt ihr denn hin? Da vorne ist der Ausgang. Da kommt ihr nicht weit. Hutsach. Wo kam die Granate her? So. Kurz und schmerzhaft. Für die.